Nach langem Hin- und Hergeschiebe haben wir festgestellt, dass hinter dieser Wand nichts ist. Ja, ich hatte eine tolle Idee und dachte mal, ja, wir schauen da einfach mal nach, ob da was dahinten dran ist, aber da war wohl nichts. Und ja, das war echt langes Hin- und Hergeschiebe. Ja, aber Nico hatte den Dreh raus, er hat das echt gut gemacht, weil ich bin bei sowas immer mega schlecht. So, nicht vergiften lassen, bitte. Ja, doch, ist die. Oh shit, oder? Äh, was denn? Ach, ich dachte, wir sind vergiftet worden. Ne, ne. So, wir müssen zurück, das ist nicht da, das ist da. Genau, weil wir haben nämlich festgestellt, bei der Offscreen-Aufnahme... Offscreen-Aufnahme? Ja, genau. Beim Offscreen-Spielen, dass sich hier gleich was verbirgt. Verbirgt. Ja, und hier haben wir schon gesehen, den Hebel haben wir auch übersehen, aber den benutzt Lara nicht. Das heißt, das hier müssen wir noch unter Wasser setzen. Was auch übrigens irgendwie sehr lustig ist, sie könnte das Ding auch einfach so ziehen. Aber gut, ne, so wird's unter Wasser machen. Hab ich nichts dagegen. So, jetzt müssen wir nur noch mal zu dieser Statue zurückkommen. Ob das jetzt hier richtig ist, keine Ahnung. Ich hoffe jetzt nicht, dass das, äh, dass die Olle wieder da ist, ne? Ne, ne, die ist tot. Das hier sind auch übrigens Ski-Wars. Also, die Schiefer-Tafel liegt genau da. Ah. Die Schiefer-Tafel. So, weil hier dieses Ding ist aufgegangen, komischerweise. Warum auch immer. Ja, ne, ich... Ähm, Hebel, okay. Ich wüsste nicht, wieso das irgendwie aufgegangen sein sollte. Moment, das hier kann man schieben. Siehst du das? Ja. Bevor man da schon wieder abhaut. Vielleicht ist da ein Sekret. Ja, wäre so langsam echt mal, äh, schön, ne? Ist echt so. Oh, da ballert was. Doku. Das könnte wohl sehr ein Secret sein. Ja, es hat auch Dölün gemacht, glaube ich. Ja, dann. Wenn's Dölün macht, ist es immer gut. Was ist da unten? Ah. Ein Madipack. Das wird wohl nicht das Secret sein. Keine Ahnung. Oh, oh. Was rollt da? Oh, ich hab Mama Mia. Fuck. Und wir haben wir natürlich wieder, äh, oben gespeichert. Ja, ihr dürft das jetzt euch gerne nochmal alles angucken. Ach, Xing, 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 Xing. Also wir müssen, ja, aber jetzt war ja nix, dass man schon bei einem Weg verstirbt, das ist ja schon nicht normal. So, jetzt können wir hier auch einfach runterspringen, wir wissen ja eh, dass da das Wasser ist. Am Ende wärst du gestorben. Ja, ich, ich, ich wollt's grad noch sagen, das wär irgendwie lustig gewesen. Das wäre sehr lustig gewesen. Das war leider jetzt nicht so geplant. Das ist ein bisschen doof. Äh, doch, die, die Tode hier sind alle geplant, also bitte. Alle von mir ausgerechnet. Ja, das ist ja echt nicht normal, aber so nach Gegnern oder sowas sollten wir doch speichern. Ja, klar, aber bei einfachem Weh, also was heißt einfachem Wehen, man kann echt nicht riechen, dass da jetzt irgendwie ein Stein da vorkommt. Nee, das kann man auch nicht riechen. Ich meine, das Medipack lag offensichtlich da, aber ja, man hätte es sich ja auch einfach nehmen können, ne? Ja, hätte, hätte, ne? Also war das vielleicht doch ein Secret? Ja, ja, das war ein Secret. Das Medipack? Ich denke, also zumindest der Raum. Wir können ja mal gucken, hm, es hat jetzt die Lügen gemacht, mal gucken, ob, äh, ja, das heißt, der zählt das einfach so, sobald das Geräusch kommt. Ah, okay. Na dann. Was irgendwie bescheuert ist, aber gut. Vielleicht sind's ja auch verschiedene Sachen von Secrets. Hm, keine Ahnung. Aber jetzt wird hier gespeichert. Kann, kann ja auch sein, dass irgendwie, äh, die sich gedacht haben, ja, machen wir, ähm, mal da einen Secret, äh, Raum und bei dem anderen so ein Secret, äh, Gegenstand und sowas. Was, was ballert denn da? Dieses, äh, diese Giftfalle wieder. Ah, nein. Oh. Ist hier noch was? Bitte keine Rolling Store. Oh, da, da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Da haben wir echt Glück gehabt. Da kam Feuer raus, ne? Ja, Feuer oder wieder Gift. Stimmt. Ah, da liegt noch was. Noch ein Stein? Bitte nicht. Ja, weil da oben war gerade, okay. Das sah nämlich so aus, als würde da auch schon wieder ein Stein runterkommen. Und warum ist hier diese Erhöhung? Muss das einer verstehen? Hm. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall liegt noch was. Da ist auf jeden Fall liegt noch was. Gutes Deutsch. Ja. Könnte das sein, dass jetzt, äh, sich hier diese Überflutung da geöffnet hat? Äh, es hörte sich eher an, als wäre so ein, so ein Tor wieder aufgegangen. Und das ist wahrscheinlich das obere Tor jetzt. Ach Gott. Da hätte ich die Orientierung schon längst verloren. Gut, dass wir die liebe Noxie dabei haben, ne? Oh Gott. Also normalerweise Orientierung und ich, äh, sind keine guten Freunde, nein. Ja, also bei mir geht's eigentlich, aber wenn ich jetzt wüsste, was du mit oberes Tor meinst, ja. This one. Ja, das wusste ich natürlich. Hm, genau. So, auch wenn wir jetzt ein bisschen zu viel speichern, aber besser einmal zu viel als... Ach, das Tor ist auch übrigens wieder zu. Oh, oh. Ist das... Das ist bestimmt. Ja, natürlich. Wir hatten gerade den gleichen Gedanken. Ja. Äh. Oh, tschüss. Das ist normal. Hä? Stirbt sie da nicht? Ähm, das... Natürlich, guck mal auf die Luftanzeige, aber... Ach, Luft? Äh, kannst du nicht irgendwie springen? Nö. Äh. We are... We are... Hä? Noch nicht, jetzt ist die Lebensanzeige weg. Ach so. Ah, sie kommt wieder nach oben. Das war jetzt aber auch. Ist das so geplant? Das war ein bisschen knapp. Stell dir mal vor, man hätte jetzt irgendwie kein Leben mehr gehabt. Also irgendwie sieht das hier so aus, als wäre das nicht so geplant, dass man hier überhaupt hinkommt. Weil hier ist ja nichts. Ja, hier doch. Doch, doch, doch. Da kann man hoch. Moment. Erst aber mal... Löh, fackelö. Okay, da liegt nichts. Hier kommen doch nachher bestimmt noch Rolling Stones wieder. Das ist so offensichtlich irgendwie. Kommt sie denn da hoch? Ich denke mal ja. Nein. Oh. Ja, Moment. Dann vielleicht anders. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, ups. Oh Gott, Frau Kroft. Ernsthaft jetzt? Naja, gut, da kann sie ja stehen. Da. Das heißt, mit Anlauf müssen wir machen das. Jupp. Perfekt. Perfekt. Ach, da fehlt die Katze aus Alice Madness Returns. Affe. Weil die Katze hat immer so schön perrfekt gesagt. Oh nein. Da schießt schon wieder irgendwas. Und da ist ein Hebel. Ja. Ich würde am besten nach dem Hebel gleich mal speichern. Na. Ah. Ach, wir sind wieder ganz unten. Dann müssen wir wieder ganz hoch. Und jetzt ist es doch wieder ganz links. Oh. Oh. Wir sollten sprinten. I have said we must speichern. Oh Gott. Oh. Fuck. 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 Was das? Och. Das ging. Ja. Ja gut. Wir sind nur einmal halbiert worden. Aber leben noch. Ist denn da noch was? Äh. Äh. Ja. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Aber irgendwie ist es hier könnte es richtig sein. Fallen. Nein. Sicher. I hope it's so. Ein Äffchen. Da. Hier macht irgendwas Geräusche. Komische Geräusche. Okay. Wieder eine Schiefertafel. Äh ne. Es könnte eine Schiefertafel sein. Ja. Ja. Aber für einen Affen ist es zu laut. Komm. Was ist das? Ach. Es ist doch ein Affe. Hm. Was machst du? So ein Krach. Das war jetzt. Ach. Jetzt kommen wir da rein. Ah. Okay. Ich finde wir sollten uns nochmal. Das kann man doch bewegen. Ja. Das finde ich immer so gefährlich. Wenn man das unter unter solchen Dingern da wegziehen oder schieben muss. Auf einmal prallt die Säule da voll auf deinen Kopf. Ja. Also im realen Leben würde das glaube ich keiner unbedingt versuchen. Äh ja. Und nun? Was? Ja. Wir hätten das glaube ich dahin schieben sollen, wo das Tor aufgegangen ist. Ach so. Okay. Danke. Was mir auch aufgefallen ist, das ist jetzt wieder links, ne? Wenn man speichert. Wie wieder links? Ja. Was ich doch da mal festgestellt hatte. Beim Speichern. Das ist doch einmal in der Mitte gewesen zum Beispiel. Ach so. Ja, ja. Das ist manchmal komisch. Nico meint jetzt die Anordnungen vom Dingensbums. Vom Speicherbuch. Dass mal der Levelname in der Mitte steht. Und dann komischerweise mal so. Sollen wir uns hier unten gerade nochmal um... Ja, würde ich machen. Okay. Ich möchte nicht schon wieder ein Siegbrit verpassen. Naja, ob die so dicht zusammen was machen würden, ist natürlich auch die Frage. Also da sind wir hergekommen. Da liegt ein Äffchen. Und hier ist, glaube ich, gerade ein LKW oder ein Bus vorbeigefahren. Und hier ist nochmal ein Äffchen. Ja. Okay. Ja gut, das war's. Dann müssen wir hoch. Okay. Nein, Lara. Hoch, bitte. Danke. Es kann ja jetzt nicht so schwer sein, da einfach hochzukommen. So. Was haben wir hier oben? Sehr viel Dunkelheit. Also, meine ich das wirklich nur oder ist das Spiel sehr dunkel? Ich, keine Ahnung. Naja, also ich hätte jetzt was gesehen, aber ich glaube, wenn man dann... Weil YouTube macht's ja eh immer ein bisschen dunkler. Ja gut, aber jetzt sind wir ja gerade im Spiel an sich, ne? Ja klar, also das... Hä? Was zum Teufel bringt das jetzt? Ja, wir müssten... Du musst das nochmal weiterschieben. Das nützt aber nichts, denn... Doch. Hier ist doch zu. Wo sollen das hin? Hä, da hoch. Auf die Seite. Ja gut. Ja, weil da ist doch dieses Tor aufgegangen. Also, glaube ich zumindest. Ja, irgendwo oben ist was aufgegangen, aber... Also... Hoch springen konnten wir nicht und das Ding kann man ja nur bis dahin bewegen, also wäre das die einzige Lösung, die mir jetzt so spontan einfallen würde. Ja, da hast du schon recht. Wird schon irgendwie klappen. Mhm. Wie findest du denn das Spiel bis jetzt? Ach, eigentlich ganz interessant. Hast ein bisschen zu weit gestohlen. Ja, das war dumm. Egal, wir kommen da auch so irgendwie dran. Schau, da ist das Tor. Ja, hast recht gehabt. Also, ich find das Spiel bis jetzt eigentlich ganz cool. Vor allem die Gegner, die gefallen mir. Also, dieses... Dieses Konzept von den komischen Viechern. Ach, die Schiefertafeln? Genau. Die fand ich irgendwie faszinierend. Das war leider nicht so ein schöner Sprung. Hoffentlich haben wir jetzt nicht... Ach, da unten. Okay. Hier ist ein Unterwasserhebel. Wunderbar. Wie sie ihn auch immer so zieht, so... Ah, die ist ganz schön stark, die Frau. Mhm. So. Hoffentlich ist dieser Weg jetzt nicht zu lang. Und hoffentlich meinen, nicht wieder irgendwo irgendwelche Teile runterfliegen zu müssen. Also, ich hätt eigentlich gesagt, wir speichern, weil wir haben nicht gespeichert. Tja, dann ist das jetzt so. Shit, im Mittel. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Ja, am besten jetzt nochmal zurück, oder? Ja, ne? Und dann speichern. Besser ist das. Da hast du sehr viel Recht. So, Luft, lade dich auf. Denn ich bin der Rechtsanwalt. Was bin ich denn dann? Staatsanwalt, aber nicht. Nee, du bist Helena Fürst. Oh Gott, nein. Hör mir bloß auf. Also, diese Frau, das ist die Antifrau schlechthin. Also, falls jetzt jemand nicht weiß, worüber geredet wird, wir sprechen über das Dschungelcamp 2016. Kandidatin Helena Fürst. Und ja, was bringt das jetzt hier? Ach, das sind, glaube ich, Zeitschalter. Oder müssen die beide, hä? Ja, wir ziehen den einfach nochmal. Ja, gut, ne? Gut, dass wir gespeichert haben. Hat sich was getan? Nö. Shit, in der Mitte. Tja, aber wir kommen doch jetzt auch nicht mehr da hoch, oder haben wir jetzt das Wasser? Ah, ich glaube, wir haben das Dings überflutet. Moment, hier über uns. Oh. Oh nein. Nein, das ist, ja, ja, das ist dieses Ding, aber, äh, wir sind gleich tot. Ja, wir haben gespeichert. Das war die falsche Seite. Und? Die. Nein. Ist das jetzt ein Erd? Ja, das wird nicht geladen. Hoch, 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 du blöde Kuh, hoch. Ach, schade. Ja, man muss ja nicht immer gleich dann, ne? Das hat sich jetzt angehört. Ja, ja, Nico freut sich ja immer, wenn wir sterben. Ja, guck mal, wir haben sechs kleine Medi-Packs, also hallo. Aber was hat das jetzt gebracht? Wir kommen hier doch nicht mehr raus. Na klar. Wo denn? Wenn wir die zwei Hebel ziehen, dann schnell nach hinten, da wo du das eine Ding gesehen hast. Ach so, denkst du, dass... Da öffnet sich dann wahrscheinlich die Luke, wie gesagt, auf Zeit. Okay. Das, was du ja unbedingt magst. Ja, total. Klarer Schwimmen. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt der Plan ist. Ja, aber wie kommen wir sonst wieder raus? Ja, gar nicht. Ja, genau. Einfach sterben. Ja, siehste, hab ich gesagt. Ja, aber siehste, hab ich gesagt.